Bei unserem Genossen, bei unserem Freund, bei dem Politiker Salih Muslim und wir fordern und ich möchte hier erklären, die Polizei fordert, dass wir hier die Fahnen von Herrn Abdullah Rejalan runternehmen. Ich finde das einen ausgemachten Skandal, ich finde es eine bodenlose Frechheit. Hier das Bild des Architekten der demokratischen Autonomie, des Architekten des kurdischen Freiheitskampfes, des Architekten von Frieden im Mittleren Osten anzugreifen. Und ich möchte hiermit den nächsten Reden... Ich möchte den nächsten Redner ankündigen, den Abgeordneten von der Linksfraktion, Tobias Pflüger. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, zuerst mal, ich freue mich, dass wir so viele hier sind, die gegen den Einmarsch der Türkei in Afrin demonstrieren. Ich glaube, das ist ein Beifall wert. Ich freue mich, dass wir unter uns Salih Muslim begrüßen konnten, den die Tschechische Republik festgesetzt hatte aufgrund einer Ausschreibung von Interpol. Die Türkische Republik missbraucht regelmäßig Interpol, um Menschen zu kriminalisieren. Ich freue mich, dass er frei ist und dass er unter uns ist. Der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien wird mit deutschen Waffen gemacht, mit Leopard 2-Panzer zum Beispiel. Wir sagen, es darf keine Rüstungsexporte mehr an die Türkei geben. Wer Waffen an die Türkei liefert, der betreibt Beihilfe zum Mord. Wir sagen, keine Waffen mehr in die Türkei. Und es sind offensichtlich Vereinbarungen getroffen worden, bevor Dennis Yücel freigelassen wurde. Es wurden weitere Ersatzteile und Waffen geliefert. Wir wissen, die deutsche Regierung ist in einer engen Partnerschaft mit der türkischen Regierung. Wir sagen, kündigt endlich die Polizei, die Militär- und die Geheimdienstzusammenarbeit von Deutschland mit der Türkei auf. Hört endlich auf, mit dieser zunehmenden Diktatur zusammenzuarbeiten. Während sich der noch Außenminister Sigmar Gabriel mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu trifft, beim T bedankt sich Herr Cavusoglu bei dem lieben Sigmar, dass ja tatsächlich die Zusammenarbeit weiterhin gut laufen würde. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen auf die Straße gehen, damit diese Zusammenarbeit beendet wird. Wir wollen es nicht, dass da zusammengearbeitet wird, weil diese Zusammenarbeit bedeutet, dass in der Türkei und in den Gebieten um Rojava und Afrin Menschen umgebracht werden und gleichzeitig hier im Lande Menschen mit Repression überzogen werden. Wir sagen, hört auf mit dieser Repression. Es ist unglaublich, dass die Polizei hier regelmäßig Menschen festnimmt, weil sie Flaggen betragen. Wir wollen, dass das PKK-Verbot aufgehoben wird. Und es wird die IPG kriminalisiert. Liebe Freundinnen und Freunde, zynischer geht es kaum. Wir haben uns im Deutschen Bundestag anhören müssen, man habe quasi die Peshmerga unterstützt, weil sie die Jesiden gerettet haben. Jeder weiß, wer tatsächlich die Jesiden gerettet hat. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir werden uns nicht nur gegen die Repression aller kurdischen Strukturen wenden, sondern explizit auch gegen die Repression der IPG. Sie sind diejenigen, die gegen den IS am erfolgreichsten gekämpft haben. Deshalb muss die deutsche Regierung aufhören mit ihrer Repression. Wir werden als Linke uns im Bundestag und außerhalb alles tun und dagegen setzen, dass diese Repression von Kurdinnen und Kurden endlich aufhört. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, dass Salih Muslim unter anderem deshalb in der Tschechischen Republik festgenommen werden konnte, weil es keine starken linken und kurdischen Strukturen gibt, die vor Ort demonstrieren konnten. Wir müssen deutlich machen, wenn diese Kumpanei zwischen der deutschen Regierung und der türkischen Regierung so weitergeht, wir werden weiterhin auf die Straße gehen und wir werden weiterhin gegen diese Waffenlieferung Deutschlands an die Türkei protestieren und wir werden weiterhin gegen diesen Einmarsch der Türkei in Afrin demonstrieren, solange bis dieser Einmarsch aufhört und bis diese Waffenlieferung an die Türkei aufhören. Ich danke euch! Danke, Tobias! Danke, Tobias!